Ich lerne Deutsch. Nummer 3408 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen kann. Und die Bezahlung stimmt auch. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen kann. Und die Bezahlung stimmt auch. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen kann. Und die Bezahlung stimmt auch. Ich bin so gerne mit dir zusammen, weil du mich immer zum Lachen bringst. Ich bin so gerne mit dir zusammen, weil du mich immer zum Lachen bringst. Den perfekten Ort zum Surfen mit der perfekten Welle zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Den perfekten Ort zum Surfen mit der perfekten Welle zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Meine Überraschung ist groß. Paul hat mir ein teures Auto gekauft. Meine Überraschung ist groß. Paul hat mir ein teures Auto gekauft. Auf jeden Fall schmeckt der Kaffee in unserem eigenen Restaurant am besten. Ich möchte drei Stücke von diesem Kuchen und sieben normale Brötchen. Dieses Projekt ist einzigartig in Deutschland. Dieses Projekt ist einzigartig in Deutschland. Dieses Projekt ist einzigartig in Deutschland. Wir sind völlig neue Wege gegangen. Bei solch hohen Temperaturen kann Eis schnell schmelzen. Bei solch hohen Temperaturen kann Eis schnell schmelzen. Bei solch hohen Temperaturen kann Eis schnell schmelzen. Wir stellen unseren Joghurt ohne Konservierungsstoffe her. Es ist ziemlich einfach. Ich bin überrascht, dass es so viele Bücher zu diesem Thema gibt. Ich bin überrascht, dass es so viele Bücher zu diesem Thema gibt. Ich bin überrascht, dass es so viele Bücher zu diesem Thema gibt. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Du bist die beste Mama, die es gibt. Ich kann mir keine bessere Mutter vorstellen. Sitzen die Schuhe perfekt oder drücken sie irgendwo? Ich gehe 18 Stunden die Woche arbeiten. Den Rest meiner Zeit verbringe ich mit meiner Familie. An dieser Verkehrsinsel musst du rechts vorbeifahren. An dieser Verkehrsinsel musst du rechts vorbeifahren. An dieser Verkehrsinsel musst du rechts vorbeifahren. Unser Baby ist im Land der Träume. Es darf jetzt nicht gestört werden. Unser Baby ist im Land der Träume. Es darf jetzt nicht gestört werden. Wir lesen Bücher in der Stadtbibliothek. Wir lesen Bücher in der Stadtbibliothek. Wir lesen Bücher in der Stadtbibliothek. Ich habe eine Überraschung für dich. Du darfst jetzt die Augen öffnen. Ich habe eine Überraschung für dich. Du darfst jetzt die Augen öffnen. Durch diesen Stress werden meine Kopfschmerzen immer schlimmer. Durch diesen Stress werden meine Kopfschmerzen immer schlimmer. Durch diesen Stress werden meine Kopfschmerzen immer schlimmer. Der Wald ist sehr trocken. Können wir hier trotzdem ein Feuer machen? Auch bei hohen Geschwindigkeiten sind Kunststücke auf dem Skateboard für mich kein Problem. Ich kann es nicht glauben. Das Spiel ist vorbei. Ich habe verloren. Ich habe Wolfgang Weihnachten 2021 kennengelernt. Nach fünf Monaten haben wir geheiratet. Ich habe Wolfgang Weihnachten 2021 kennengelernt. Nach fünf Monaten haben wir geheiratet. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, derola Auto ist da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. NachsMac.